Es saugt und bläst der Heinzelmann, den kennt er ja, aber darum geht es hier gar nicht. Aber es geht auch um den Heinzelmann, den ihr hier seht. Ich wollte ihn eigentlich nicht ausbauen, ich habe gedacht, jetzt mache ich es doch mal und zeige mal kurz die Rückseite und dann erzähle ich euch gleich, worum es hier eigentlich geht. So, ich hoffe, ich treffe ihn genauer im Bild, das ist jetzt ein bisschen schwierig aus der Entfernung und ohne Lupe. Jetzt steht der Heinzelmann an seinem Bestimmungsort und lieber Bernd oder auch Meister Jambow, nein, natürlich ist Heinzelmann ein Druckfehler auf dem Schaltbild gewesen, er heißt natürlich Heinzelmann. Das wäre dann hiermit sozusagen der Gegenbeweis. Und das Video verlinke ich euch unten, denn Meister Jambow hat den originalen Heinzelmann gezeigt. Es gab auch neben dem 75 Jahre gründlich auch den 50 Jahre Heinzelmann, den hatte ich auch mal gehabt, der müsste so wahrscheinlich 94, 95 auf den Markt gekommen sein, das war eine Katastrophe, das Ding, der war wirklich nicht gut. Und jetzt haben wir halt einen, der nicht nur OKW und Mittelwelle kann, sondern wirklich auch modern ist, also Internetradio da Plus, FM, Spotify, Bluetooth, AUX-IN. Wir haben das hinten schon gesehen, USB-Porter da auch, man kann also auch einen USB-Stick anschließen, AUX-IN Kopfhörerausgang, Teleskopantenne. Die ist übrigens jetzt nicht ganz ausgezogen, das ist noch wichtig, wenn wir gleich bei DAB Plus mal gucken. Und unterschlagen habe ich euch rechts den Kippschalter zum Einschalten. Das ist der, ich fahre ihn jetzt mal hoch, das dauert natürlich, ist wieder wie bei den Röhrenradios. Die CT hatte das irgendwann mal berichtet, ich glaube in so einem Editorial, wo man gesagt hat, naja, die Geräte heute, die sind wieder so langsam wie früher, aber da wird ja auch viel mehr hochgefahren und so weiter, also von daher ist das schon OK. Ja, wir sehen hier die Bedienelemente, die sind sehr einfach, sieben Stück an der Zahl, drei Dreh-Druckknöpfe, leicht gerastert, vier Tasten. Die Drehregler machen eigentlich einen guten Eindruck, hoffen wir mal, dass sie lange halten mögen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob man es hier so richtig sieht. Genau, doch, man sieht es, glaube ich. Ja. So, ganz einfach, der rechte Lautstärke, wenn man ihn drückt, Mute. Der in der Mitte ist der Drehgeber hier für das jetzt das Internetradio, oder wenn ich hier die Favoriten drücke, kann ich dann hier... Na, jetzt mach das nicht. Ja, ich sehe es von hier jetzt nicht ohne Lupe. So, hier. Zack, kann ich mit einem anderen Sender raussuchen, den habe ich hier schon mühevoll am Gerät programmiert. Es gibt für UKW da Plus und für Internet verschiedene Favoriten. 40 Stück sind das, Podcast kann er auch, das habe ich mir nicht angeguckt. Und, ähm, ja, das zu den beiden Drehreglern, also Lautstärke und der Drehgeber, auch wenn man hier im Menü ist, kann man hier dann eben ganz schnell auswählen, was man will, und drückt OK dann, und dann kann man hier wieder zurückgehen. Das ist sehr einfach. Hier links haben wir die Auswahl der Quelle, und die vier Tasten sind Soft-Tasten, also die Funktion zeigt er dann im Menü. Und wenn ich jetzt hier mal so drücke, jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir hier? UKW ist nämlich interessant. Ah ja, da bin ich schon. Und wenn ich jetzt hier mal drehe, quasi am VFO, also am Senderrad, dann sieht man das, dass hier hinten so wie als würden die, äh, ja, wie so eine Walze, ne, als wenn die Sender so hinter der Nadel langlaufen. Ich kann natürlich auch drücken, dann sucht er automatisch. Hier hat er bei der Ersteinrichtung auch direkt Favoriten abgelegt. Ne, also hier die Frequenzen. RDS hat er wahrscheinlich auch, das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Ähm, ja, was gibt's noch zu sagen? Empfang ist sehr gut, also jetzt auch hier mit der etwas halb ausgezogenen Antenne. Hier müsste da Plus sein. Das ist auch erstaunlich. Ach nee, jetzt haben wir Bluetooth. Echo? Wie spät ist das? Ne, hier habe ich den Echo gekoppelt, der im Büro steht. Das ist natürlich auch sehr angenehm, denn das ist in die Richtung. Also man kann an den Symbolen das auch gut erkennen, wenn man nicht so gut gucken kann wie ich. Ja, hier sind wir jetzt bei DUB. Und der Sound ist wirklich gut. Also besser und höhenvoll drin. Equalizer Presets gibt's auch, also das Ding ist wirklich toll, kann alles. Spotify ist ja immer Standby, wenn er im Internet ist. Also ich kann direkt im Prinzip jetzt Spotify-Playlisten abfahren. Der zeigt ihn als Heinzelmann an. Ist auch sehr nett, braucht man gar nicht unbedingt. Ein Heinzelmann heißt sonst hier nix. Also alles in allem ein wirklich wunderbares, tolles Radio. Vielleicht noch so generell Dinge. Der Wecker, also er hat hier zwei Weckzeiten, die man programmieren kann. Auch sehr, ja, sehr aufwendig. Also täglich, Wochenende, einmalig. Da habe ich so gedacht, oh, das sieht ja so ein bisschen aus wie von Magic SysTech. Und habe mal so die Apps installiert, die ja diese typischen Magic SysTech-Radios, also mit dem Chip oder auch Frontier Silicon, die Undock-App steuern. Aber da wird er nicht gefunden. Also irgendwie ist das noch was anderes. Und man sieht das ja auch in der Farbgebung. Das hat man schon schön angepasst hier. Und beim Wecker muss man halt wissen, ich kann hier links das Radio ausschalten, auch durch Drücken des linken Drehrads. Jetzt ist es aus. Wenn ich rechts natürlich den Kippschalter ausmache, dann wird er nicht mehr wecken können. Das ist halt, das muss man wissen. Als Radiowecker fände ich hinterher so ein bisschen, wie soll ich sagen, also es ist schon ein bisschen schwierig. Muss man dann gucken, ob er dann auch weckt, wenn kein Internet da ist. Wenn man einen Internetsender auswählt, weiß ich nicht. Habe ich alles nicht ausprobiert. Aber dafür ist es ja auch für mich nicht da. Es ist ja eigentlich als Küchenradio gedacht. Na, jetzt geht er gar nicht mehr an. Oder was muss da noch runterfahren? Also die Hochfahrtzeit braucht ein bisschen. Das tun die alle. Das ist jetzt nichts Besonderes. Zur Verarbeitung. Hier haben wir die Stoffbespannung. Die Front ist aus Holz. Grundig schreibt Holzgehäuse. Aber wenn man hier oben mal klopft, das ist kein Holz, das ist Plastik. Leicht ist er nicht. So anderthalb Kilo. Externes Netzteil hat er. Ja, was gibt es noch zu sagen? Wir haben es gerade bei DA-Plus gehört. Recht empfindlich. Trotz, dass die Antenne fast drin ist, empfängt er hier was. Das ist hier nicht ganz selbstverständlich auf dem Land. Ja, was habe ich noch vergessen? Vielleicht die Odyssee, wie ich an den Heinzelmann gekommen bin. Ich habe ihn zwar schon gesehen, dass es ihn gibt. Aber irgendwie so, naja, ich habe gedacht, Heinzelmann, ach nee. Bisschen teuer. Der UVP damals 2020 lag bei 329 Euro. Das finde ich ein bisschen viel. Aktuell ist er so zwischen 149 und 199 Euro zu kriegen. Vergleichbare Radios kosten so ab 100 Euro. Jetzt ist es auch kein Stereogerät. Das finde ich persönlich nicht schlimm, weil er halt einen sehr voluminösen Lautsprecher hat. Hinten hat er auch Löcher im Gehäuse. Also das ist schon klanglich okay. Was man noch dazu sagen muss, dass... Ja, wie soll ich sagen? Ich hatte ein Radio gesucht. Also hier stand vorhin Albrecht DR883. Und mich hat Spotify Connect interessiert, weil ich halt Spotify habe und das hätte ich gerne gehabt. Das DR883 hat auch Bluetooth. Der USB-Anschluss, der ist natürlich auch sehr reizvoll, da eben mal einen Stick reinzustecken. Und ich hatte dann geguckt, welche Radios können das? Hatte vorher dann zum Black Friday ein Sharp DRI 470 Pro bestellt. Das gibt es auch ohne Pro, dann kann es kein Internet. Mit Pro kannst du dann eben auch alles, außer USB. Und das Gerät kam hier an und hat nichts empfangen. Keinen einzigen Dubsender, kein WLAN-Router hat sich drei, viermal aufgehangen. Und das habe ich mir eine halbe Stunde, Stunde angeguckt. Habe gesagt, nee, das geht nicht. Habe das Ding wieder eingepackt. So, und dann habe ich gesucht, welche Radios gibt es denn, die das können. Und dann kam ich wieder auf den Heinzelmann zu dem etwas attraktiveren Preis. Ich habe bezahlt bei Expert Online Shop 129 Euro plus Versand. Und da habe ich gedacht, komm, bestell ihn mal, guck ihn dir an. Habe ihn gekriegt, habe ihn eingerichtet, funktionierte alles auf Anhieb. Also auch die WLAN-Geschichte mit WPS hat alles funktioniert. Und das Einzige, was mich gewundert hatte, die Sprache war Englisch. Da denke ich so, hm, komisch. Er hat auch keinen Firmware-Update gefunden. Da hatte ich im Internet gelesen, es gäbe welche. So, und als er dann eingerichtet war, habe ich dann im Hauptmenü, habe ich dann geguckt und gedacht, ist der jetzt an oder aus? Nee, ist irgendwie noch aus. So, und dann habe ich gedacht, naja, komm, dann guck mal im Menü, kannst die Sprache ändern und siehe da, das war kein Problem. Seitdem keiner Deutsch und dann gab es auch irgendwie ein Firmware-Update. So, es gab also mit dem Gerät wirklich keine einzigen Probleme, außer die App, die ich nicht gefunden habe, die es wohl nicht gibt. Das Sendersuchen ist eigentlich nicht so kompliziert, funktioniert über Listen mit den Drehgebern ganz gut. Auch mit der Texteingabe ist das okay, man kann Freitext suchen. Und wenn man den dann auf die Favoriten legen will, hält man Favoriten gedrückt, wählt einen der 40 Programmspeicher und drückt okay, dann ist er drauf. Das erinnert mich schon irgendwie alles an Magic System, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, was da anders ist. Ja, das mal zum Heinzelmann. Der hat auch eine Bezeichnung, GRD 7000, irgendwas schreibe ich in die Videobeschreibung rein. Und auch einen Blick kann man werfen auf den Artikel zum Thema DAB+, den ich mal geschrieben habe, immer wieder aktualisiert habe. Da habe ich auch ein paar Bilder von meinen Radios drin, aber den hier nicht, weil der jetzt einfach neu ist. Und ja, ich muss auch sagen, da hat sich eine Menge getan. Ich war am Anfang überhaupt nicht überzeugt von DAB+, hier gerade auf dem Land. Es war eine Katastrophe. WDR kriege ich auch nicht über DAB+, weshalb ich dann doch für NDR und WDR Internetradio brauche. Aber wenn das Internet mal weg ist, ist es natürlich gut, wenn man auch mal noch analoges Radio hören kann. Und da hat sich natürlich so ein hybrides Radio angeboten. Ja, und was soll ich sagen? Es hat sich doch bei DAB+, einiges getan. Wir haben hier so 40, paar und 40 Sender, da war ich doch echt überrascht. Und ich finde hier auch eigentlich alle bis auf Oldie-Antenne. Irgendwie ist die nicht da. Keine Ahnung warum, die finde ich nicht. Ansonsten war es eigentlich relativ schnell. Also ich sage mal, eine Stunde habe ich gebraucht, oder nicht mal, um dann alle Favoriten, die ich so brauche, reinzupacken. Fernbedienung hat er, wie ihr gesehen habt, auch. Die steht ja rechts daneben, weiß nicht, ob man die jetzt sieht. Und von daher ein gutes Gesamtpaket. Und gerade Spotify Connect ist natürlich ein Nährwert. Nährwert, Mehrwert, Entschuldigung. Vor allen Dingen, weil man das auch ansprechen kann, wenn er im Radiobetrieb ist. Also ich muss nicht erst auf Spotify schalten, sondern finde den und kann loslegen. Ja, soweit zum Heinzelmann. Schönes Radio kann ich nur empfehlen. In diesem Sinne Tschüss und schöne Weihnachtszeit.